Doch, 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 hier war ein Scherz, war ein Scherz. Ich bin völlig willenlos. Naja, das sollte... Roman hat gesagt, das höre ich nicht. Cesar, Sie waren schon bei uns beim Clubtreffen in München. Wir finden den Song super, super performt. Und es gibt sogar jemanden hier, der glaubt, dass Österreich gewinnt. Also die Deutschen unterstützen Österreich. Wie fühlt sich das denn an? Ganz besonders, weil der Nachbar, die Nachbarschaftsfreundschaft ist immer sehr wichtig. Und ich glaube nicht, dass wir so voreingenommen sind. Ich glaube, dass es echt ist, wenn ihr sagt, es gefällt euch. Das gefällt uns wirklich und wir sollten uns mal endlich gegenseitig unterstützen. Absolut. Deutschland und Österreich, wie bin ich, Herr Schulte. Genau, ich kann auch komplett hinter Michael stehen, weil es ist ein super Song. Ich kann sagen, es hat mir nicht immer gefallen, was Deutschland gebracht hat, aber dieses Mal kann ich mit reinem Gewissen sagen, es ist ein toller Song. Also, dann muss Deutschland erster werden und Österreich zweiter. Ja, oder ich erster, jetzt war das ja nicht so richtig. Das sehen wir ja nicht. Würden Sie kurz Ihren Song anzingen für uns? Wer würde diesen Mann schon gerne gehen lassen? Dankeschön. Vielen Dank. Ja.